hallo unser heutiges türchen zeigt eine bastelei und zwar einen spitzen weihnachtsbaum und zwar kauft ihr euch dazu eine sisal tüte diese hier ist gold gibt es aber in allen möglichen farben und dann habe ich noch eine kleine gelande gekauft das sind diese roten sternchen die mit einem goldenen draht verbunden sind die wickeln wieder rum und fixieren sie hier und da mit kleber darauf kommen unsere zimtstangen die ihr schon eher mit dem heißkleber ankleben müssen sonst hält das ganz schlecht und darauf habe ich dann noch kleine elche aus filz darauf geklebt natürlich kann man auch alles andere darauf kleben was einem freude macht und man kann diese kleine wunderschöne weihnachtspyramide oder weihnachtsbaum wie ihr es nennen mögt wunderschön beleuchtet wenn ihr innen hinein eine glichterkette legt und die weisheit des tages liebe kann das unmögliche möglich machen ich hoffe ihr habt viel spaß daran und das sieht wunderschön in eurer wohnung aus